Corona und Co. Vieles wird diskutiert, die Emotionen schlagen höher. Zeit, sich einmal mit der Portfolio-Konstruktion zu beschäftigen. Das bringt zum einen die Emotionen nach unten und ist vielleicht auch dazu geeignet, die finanzielle Situation langfristig zu verbessern. Zunächst machen wir uns klar, was wir wissen. Wir sehen spektakuläre Maßnahmen der Staaten, finanziert durch die Notenbanken. Sie können das hier auch entsprechend noch einmal sehen für die verschiedenen Länder. Einmal dargestellt für die Industrieländer. Dann auf der rechten Seite für die aufstrebenden Länder, die sogenannten Schwellenländer. Wir sehen jeweils in grau dargestellt die Einnahmen- und Ausgabenmaßnahmen. In diesem schicken lila Kredite, Kapitalzuführung und Garantien. Das jeweils in Relation der nominalen Wirtschaftsleistung. Sie sehen schon, dass wir wirklich über spektakuläre Maßnahmen sprechen. Hier konkret das Ganze für Deutschland dargestellt. Aber auch in anderen Ländern sehen wir insgesamt sehr starke Maßnahmen. Das bedeutet, die Schuldenstände der Staaten werden steigen. Wir werden feststellen, dass dementsprechend die Renditen für Staatsanleihen auf einem niedrigen Niveau verbleiben müssen. Niedrige Renditen sorgen für einen Anlagenotstand. Dementsprechend werden viele Anleger nach alternativen Ausschau halten. Hier mal dargestellt, was man sich betrachten könnte auf Ebene der verschiedenen Vermögensklassen. Und Sie können das hier entsprechend feststellen. Hier, Deutsche Bundesanleihen, eine negative Rendite von 0,5%. Barmittel ohne Strafzins bei 0%. Unternehmensanleihen, guter Bonität, 0,6%. Und Sie sehen schon hier, bei Aktien, da sind wir bei den Dividendenrenditen. Aber auch hier wissen wir, die Dividendenrenditen sind nur ein kleiner Placebo, wenn die Kurse stark schwanken. Dann hier, Immobilien, Aktiengesellschaften, Schwellenländeranleihen, Wandelanleihen und ähnliches. Das ist also, glaube ich, ein Thema. Die niedrigen Zinsen sorgen dafür, dass der Anlagenotstand, den wir bereits vor Corona an sich verschärfen wird. Anleger werden verstärkt nach Alternativen suchen. Dementsprechend wird der Anteil von Werten im Portfolio, die im Vergleich zu früher sichere Renditen geliefert haben, wie beispielsweise Staatsanleihen oder auch Tagesgeldkonten, der wird zurückgehen. Man wird vermehrt Anlagen ins Portfolio integrieren, die eine Risikoprämie tragen. Das heißt, wenn der Zins bei Null ist oder gar negativ, muss jede Form der positiven Ertragserwartung eine Risikoprämie sein. Umso wichtiger zu verstehen, wo diese Risikoprämien letztendlich herkommen. Und auch die Frage zu stellen, wie wird das in der Portfoliokonstruktion berücksichtigt. Nun hat niemand eine Kristallkugel und kann sagen, naja, Hochzinsanleihen sind ja vom Namen her Anleihen. Aber uns sollte allen klar sein, aufgrund der Bonitätsrisiken tragen sie ein gewisses unternehmerisches Risiko. Wie war das Ganze historisch? Auch das hier mal dargestellt. Hochzinsanleihen beispielsweise im Euroraum. Da sehen Sie, da hatten wir historisch ein Beta zum globalen Aktienmarkt von 0,5. Vereinfacht gesprochen, wenn Sie 10% Ihres Portfolios in Hochzinsanleihen investieren, dann ist es so, wie wenn Sie 5%, also eben die Hälfte in den globalen Aktienmarkt investiert haben. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Sie bei der Portfoliokonstruktion immer darauf achten sollten, dass Sie Anleihen, die Kreditrisiken tragen, entsprechend quantifizieren, sich überlegen, inwieweit sind die Risiken dort vorhanden und wie zahlt das auf mein Gesamtrisiko im Portfolio ein. Also sprich, Risiken, die Sie im Anleihbereich eingehen, auch auf die Aktienquote hinzuzuaddieren. Nun können wir alle noch über Korrelationen und zeitverzögerte Effekte sprechen, aber ich glaube, die fundamentale Perspektive ist hier grundsätzlich erstmal die richtige. Also sich klarzumachen, auch bei Anleihen muss man berücksichtigen, dass ein gewisses Aktienmarktrisiko hier entsprechend enthalten ist. Das Ganze noch natürlich historisch noch etwas verzerrt, weil die Notenbanken oft stützend eingegriffen haben. In der Zukunft sehen wir diese Thematik vielleicht auch eher etwas abgeschwächt, weil die Notenbanken zwar aktiv sind, aber der Überraschungseffekt in der Vergangenheit größer war, als er in der Zukunft ist. Früher konnte man nicht damit rechnen, dass die Notenbanken agieren. Anleger wurden positiv überrascht. Heute ist die Erwartungshaltung, dass die Notenbanken sich engagieren. Also wenn sie weniger tun, würde man eher negativ überrascht werden. Also daher dieser Aspekt Anleihen und Zinsersatzrisiko-Elemente durchaus im Portfolio-Kontext sinnvoll zu berücksichtigen. Ein anderes Thema neben den Anleihen natürlich der Aktienmarkt. Auch hier nochmal eine Grafik entsprechend dargestellt. Und ich habe es hier oben schon geschrieben, Branchen sind wichtiger als Länder. Sie sehen das hier oben mal die Gewichtung der Aktiensektoren in Relation zur Marktkapitalisierung für verschiedene Länder. Viel spannender, aber viel spannender natürlich hier unten die große Thematik Growth, also Wachstum versus Value, also Substanz. Und Sie sehen zum Beispiel eben hier die Unterschiede. Growth, also Wachstum, sehen den hohen Anteil IT versus niedrigen Anteil IT dementsprechend in Value. Sie sehen das Ganze umgekehrt, quasi spiegelbildlich. Beim Thema Finanzen im Growth kaum Finanztitel enthalten. Im Value das ganze Thema Banken deutlich stärker gewichtet. Und wenn Sie manche Sektoren betrachten, nehmen Sie mal Versorger, da sehen Sie, da sind Sie rein im Value-Bereich unterwegs, Energie eben dementsprechend auch. Also das ein Thema, was es gilt zu berücksichtigen, da auch die Wachstumstitel sehr stark von den fallenden Zinsen profitiert haben, was mit dem Thema Diskontierung zukünftig erwarteter Träge zu tun hat. Also, das heißt, wenn Sie Ihr Portfolio betrachten, schauen Sie nicht nur auf die Länderallokationen, schauen Sie vor allem auch auf die Sektorallokationen, also in welchen Titeln sind Sie entsprechend allokiert, sprich in welchen Branchen, weil es wahrscheinlich auch in der Zukunft so sein wird, dass die Branchenallokation wichtiger ist als die Länderallokationen. Auch das, glaube ich, ein Umdenken für viele Anleger, wenn man denkt ja doch meistens in DAX, Eurostox, Nasdaq und Co. Und von daher schauen Sie, dass Sie Ihr Portfolio auch mal nach Branchen betrachten und insbesondere, wenn wir beispielsweise auch US-Indizes, beispielsweise in S&P, um die Schwergewichte bereinigen und Sie stellen das Ganze etwas branchenneutraler auf und Sie nehmen beispielsweise einen Gross-Aktien-Index aus dem europäischen Raum, dann stellen Sie schon fest, dass die relativen Differenzen deutlich geringer sind als das, was Sie auf Ebene der Index-Ebene wahrnehmen. Warum ist das wichtig? Weil Index-Fonds, wie der Name sagt, in Indizes investieren. Auch viele Fondsmanager orientieren sich natürlich in Vergleichsmaßstäben, den sogenannten Benchmarks an, den Vergleichsmaßstäben und von daher muss man dieses Thema Branchen und auch Konzentrationsrisiken im Blick halten. Auch das Thema Nachhaltigkeit, ESG, ja aktuell in aller Munde, also das Thema Environmental, Social und Governance und das ist momentan gar nicht so einfach, diese Aspekte stärker im Portfolio zu integrieren, weil wenn Sie das momentan stärker integrieren als in der Vergangenheit, dann kaufen Sie automatisch stärker in die Sektoren, die jüngst sehr gut gelaufen sind. Ich glaube, es ist relativ natürlich, dass der IT-Sektor unter ESG-Kriterien besser aussieht als der Energiesektor. Von daher, das Thema ESG ist wichtig, aber das wird vor dem Hintergrund der Portfolio-Konstruktion einige Herausforderungen geben, wenn man eben nicht zu prozüglich jetzt in die sehr gut gelaufenen Vermögensklassen investieren möchte und insbesondere vor dem Hintergrund der US-Wahl könnte das ja ein Treiber oder ein Trigger dafür sein, dass wir eine Sektor-Rotation, also eine Favoriten-Rotation am Aktienmarkt sehen und das würde sich dann natürlich sehr ungünstig auswirken. Wenn Sie die letzten Jahre wenig in Growth investiert wurden, haben also die Überrenditen nicht mitgenommen, laufen jetzt hinterher und laufen dann in eine Underperformance mit rein. Das gilt es natürlich auf jeden Fall zu vermeiden. Grundsätzlich gilt, egal wie gut Ihr Aktienportfolio konstruiert ist, der Aktienmarkt unterliegt Schwankungen und damit Sie da die richtige Erwartungshaltung haben, hier auch nochmal eine Grafik, die das Ganze darstellt. Für den S&P 500 seit 1980, die grauen Balken sind die Jahresrenditen, die roten Punkte sind der maximale Verlust im konkreten Kalenderjahr und da stellen Sie sich schon fest, es gibt viele Jahre, wo der Aktienmarkt hier entsprechend durchaus höhere Verluste hat, aber trotzdem im Plus abschneidet. Dieses Jahr der S&P 500 minus 34% vom Hoch zum Tief per Ende September bei plus 4% und wenn wir das Ganze uns anschauen eben auch nochmal für Europa, also den MSCI Europe, dann sehen Sie im Endeffekt, da sind wir noch 13% im Minus, was wiederum weniger mit Europa, sondern mehr eben mit der angesprochenen Branchenthematik zu tun hat. Grundsätzlich gilt aber auch hier, Sie sehen schon hier seit 1980, der durchschnittliche Rückgang im Jahresverlauf war 15%, der Median, also was das entsprechend hier hälftig teilt bei 12%, bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch. Die normale statistisch begründete Erwartungshaltung, die muss sein, wenn ich heute in Aktien investiere, ein Rückgang zwischen 12% und 15% ist im Durchschnitt eines Kalenderjahres zu erwarten. Die Gründe für den Rückgang, die variieren, mal die Politik, mal sind es kriegerische Konflikte, mal sind es Zölle, suchen sich etwas aus, das Potenzial für geopolitisches Störfeuer ist ja aktuell hoch, es kann auch mal eine Pandemie sein, übrigens ja kein schwarzer Schwan, weil eine Pandemie ist etwas, was durchaus auch schon vielfältig dokumentiert wurde als Risikofall, irgendwann muss es halt mal kommen. Also vor allem die richtige Erwartungshaltung, die sollte hier bei Ihnen als Anleger gegeben sein. Unter diesem Aspekt glaube ich ganz wichtig, sich klar zu machen, in einer Welt ohne Zinsen, in einer Welt, wo man sich global aufstellt, unterschiedliche Schuldner, Regionen, Währungen, Branchen, auch können Sie nicht alle Schwankungen minimieren, Schwankungen gehören dazu, die sind auch der Emotionalität der Menschen geschuldet. In der heutigen Zeit schauen Sie in Ihrem Bekanntenkreis, was das Thema Corona angeht, wie hitzig die Diskussionen da sind, ähnlich ist es am Kapitalmarkt, von daher gilt immer, der Schmerz zum Zeitpunkt in den Kapitalmarktkrisen ist der Preis für die Rendite über den Zeitraum und wenn Sie langfristig sich Aktienmarktrenditen anschauen, dann stellen Sie fest, in rund 70% der Fälle ging es am Aktienmarkt eben auch nach oben. In diesem Sinne darf ich Ihnen nur das Beste wünschen, bleiben Sie vor allem gesund, bis bald, auf Wiedersehen.